Alex, du hast doch voll viele Batterien. Da steht, dass man die da reinwerfen muss. Mach das jetzt! Guten Tag, der Boden schwimmt. Seh dabei zu, wie mein Schiff versinkt. Steintonscherndreck auf dem Weg. Ich kann nur hoffen, dass der Wind sich dreht. Alles dreht sich! Unabhängig frisst das Tier. Vergangen ist das jetzt und hier. Von dort ist Fleisch im Gottversprechen. Lass dich stolze Herzen brechen. Das ist nicht mein Leben. Nur die Erinnerung daran. Kann ich vergessen und vergeben. Nicht jetzt, sondern irgendwann. Das ist nicht mein Leben. Und die Erinnerung daran. Wer mich vergessen und vergeben. Nicht jetzt, sondern irgendwann. Willkommen beim Gothic-Internat. Wir sind heute in Hannover im Musikzentrum. Wir sind sehr gespannt. Das ist das erste so richtige Heimspiel. Das ist die erste richtige Headliner-Show von uns hier in Hannover. Und ja, das haben ja schon einige auf der Tour ein bisschen vorgelegt, ein paar Orte. Und ich sag mal ganz ehrlich, alles andere als der Publikumsrekord würde mich heute sehr enttäuschen. Galaktisch. Findet Neno. Findet Neno. Ich bin die Mandy. Zumeist mit Kamera vor dem Gesicht. Da erkennt man mich wahrscheinlich eher als so. Und wir sind heute im schönen Hannover im Musikzentrum. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Oh, voll hell. Eine Location mit wunderbarem Licht. Und ich hoffe natürlich auf super Fotos von euch. Auf ne geile Show. Mein erstes Erdling-Konzert. Ich bin sehr gespannt. Piss, paf. Haben alle keine Ahnung. Was macht ihr da? Ja, wir spielen hier Panzerquartel. Äh, Panzerquartel. Wir werden theoretisch sabemos. Ich bin sehr gut dabei zusammen, ist glaube ich, bitte. Warum? Was? Wie? Warum? Abs civilian? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020